Und da ich in meiner Jugend aber einen Schnellsprechwettbewerb gewonnen habe, bitte ich daran zu denken, dass unsere tüchtigen Mitarbeiter auch in der Lage sein müssen, es alles gut zu notieren. Ich werde nun die Bundesministerinnen und Bundesminister in der Reihenfolge der Ministerien zu mir zum Verteidigungs... zum Vereidigungs... Es heißt tatsächlich Vereidigungsmikrofon.